Jawohl, ja. Akt 3. Was aber denn da? Schrottflinsen? Brauchen wir nicht. Wir haben schöne andere Waffen dabei. Leute, hier lang! Klingt, als würden Sie tiefer ins Vohr eindringen. Dann tun wir das auch. Oh Gott, noch eine von diesen Kapseln. Okay. Oh nein, Locust. Oh, die neue Variante. Dräng sie weg! Was zur Hölle sind das überhaupt für Dinger? Richtig schnell, das sind die! Da kommt noch mehr! Sie weichen aus! Links, links, links! Ich kann sie sehen! Schön! Mein Ratschlag! Fast bloß keine Kapseln mehr an! Ja, ja! Da! Die sind überall! Aha, ja! So wird's gemacht! Schön! Ich glaub das alles nicht! Monster entführen Menschen! Viecher springen aus Kapseln! Ja, und kein Plan, was zum Teufel hier los ist! Dann bin ich nicht die Einzige! Ja, aufа! Geht´s da rein? Ach doch, noch so einer. Ach, der Auster. Wir müssen jetzt echt da rein. Ich glaube schon, aber hier unten ist jede Menge von der Scheiße. Kommst du wieder hoch? Nein, ihr müsst runterkommen, aber passt auf. Oh man, du hast nicht übertrieben. Pass bloß auf. Ihr sollt doch aufpassen. Rennt die schon vor. Wir müssen hier raus. Ja. Kriegen wir schon hin. Diese Kapseln sind Brutkammern, in die wir gesteckt werden. Und sie kommen raus. Wir müssen meinen Vater finden. Und zwar schnell. Na toll, jetzt also Schleimtüren. Vorsicht. Ähm, schneiden wir uns durch den Schleim. Ja. Ich hab was in den Mund bekommen. Und wie schmeckt es? Wie soll es wohl schmecken? Wahrscheinlich eklig. Es stinkt jedenfalls erbärmlich. Und jetzt regnet es. Spitze. Ja. Hey, was war das? Ui. Da drüben! Das ist er! Lallos! Hinterher! Nimm noch mehr von den verfluchten Dinger. Na komm! Ich kann die noch nicht verkommen lassen. Das war's jetzt aber. Kommt schon, hier lang. Oh, Scheiße! Verdammt! Danke fürs Gespräch! Ich glaube, wir müssen an unserer Definition von das war's arbeiten. Definitiv. Vorratsstatus medizinischer Güter. Ein handschriftliches Dokument aus der Zeit des Krieges gegen die Locust, in dem die sinkenden medizinischen Vorräte der Korps in Fort Rievel aufgezeigt werden. Meine Kollegen sind voll hilfreich. Ja, eigentlich schon nicht. Hilft mir hier mal! Also, wir verfolgen diesen Hescher. Und was dann? Gleichberechtigung! Mein Vater, Rainer und alle anderen Entführten. Ja, okay. Aber was, wenn er will, dass wir ihm folgen? Dann macht er einen großen Fehler. So, die Frage ist jetzt was anderes. Gehen wir rechts? Wir müssen rechts. Die Treppe ist im Arsch. Ach, verdammt! Oh! Bleh! Eigentlich will ich ja nicht auf die Schleimdinger da treten, aber... da oben ist ne Rotzblase. Und was ist das da drin? Ne Rotzblase! Das sieht nach einer schönen Waffe aus, aber... hab ich eigentlich kein Interesse. Okay, wir haben Interesse. 187 Schuss. Liebe Leute! Ich habe so die Vermutung, das wird gleich böse enden. Das ist Dads Funkgerät! Er muss in der Nähe sein! Ja. Gehen wir hier unten? Ach nein, hier unten sind wir ja hergekommen. Okay, 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 okay. Ich sag schon gar nichts zu sagen. Gut, da ist es dicht. Da drüben! Er legt dich zu der Bahnhaltestelle! Gehen wir! Wir haben ne neue Chormarke gefunden! Endlich! Mal wieder ne Marke! Ne Hundemarke! Ne Giese frohe Hundemarke! Und das ist erst die zweite! Wie ist das hier eigentlich so neblig? Da drüben! Bringt das Ding zum Schweigen! Gibt mir mal die Waffe hier jetzt! Die sind überall! Gibt mir mal die Waffe hier jetzt! Die große Waffe ist irgendwie zu langsam! Vorsicht! Wir sind so schnell! Schnell! Was? Schnell! Nicht so schnell! Ich hör' euch doch lauf' Ich hab' vielleicht noch einer gesehen! Es kommen immer mehr! Oh Scheiße! Das war's! Alles klar! Das war's! Gehen wir jetzt zur Bahnhaltestelle! Also, wessen Basis war das? Die der Chor? Die Chor hat sie als Feldlatser mitgemacht! Die Festung stammt aus der Zeit davor! So die Zeit der Könige und Hexe! Könige und Hexe! Was denn? Ich versuche nur dir etwas geschichtliches Wissen zu vermitteln! Touristenkarte von Fort Rival! Eine Karte vom Ausflugsort Fort Rival aus den Tagen vor dem Krieg gegen die Locos! Ich kann die doch nicht verkommen lassen! Komm bitte da hin! Hm! Wow! Ja! Alles klar! Ja! Ja! Was ist das? Mal sehen, was passiert, wenn... Was zum Teufel? Uh, J.D.? Was war das jetzt? Hat sich weiterentwickelt. Kann man zurückentwickeln? Versuch's über die Flanken! Verstanden! Die Typen sind schlauer! So schlau sind die nicht, was lauerst du? Nicht als wir, aber als vorher! Oh! Ja! Verstanden! Alles klar, das waren alle! Mir gefallen die Typen nicht! Sind die gerade aus dem Ausgangsloch gekrochen? Ich kann die doch nicht verkommen lassen! Hey, Leute! Kommt her! Ernsthaft? Sie... Was ist das? Das ist kein Ausgangsloch! Sieht aus wie ein Nest! Oh, Scheiße! Scheiße! Werfe Granate! Kommt schon! Durch das Tor! Oh, yeah! Großartig! Hier sind sogar noch mehr! Schieß deine Kapsel runter! Ja! Ja! Hat da vielleicht noch einer gesehen? Ah, gut! Muni! Da drüben! Sie kommen! Passt auf! Du bist der Fick! Du bist der Fick! Dein Hirn ohnehin nie benutzt! Er ist tot! Hoffentlich war das ein Unfall! Was ist das? Ich würde sagen, höchste Zeit, die Biege zu machen! Hey! Wollen wir einfach totschweigen, was da gerade passiert ist mit dem Nest? Was zum Teufel war das? Haben die sich verwandelt? Halt! Sie haben sich weiterentwickelt, aber dauert das nicht sehr lange? Manche Insektenlarven werden innerhalb eines Tages zu Drohnen. Sogar innerhalb Stunden. Na gut. Larven und Drohnen. Larven und Drohnen von Fassstein. Das werden wir noch herausfinden. So, erstmal ein paar Splitter-Ganaden und eigentlich bräuchte ich mal hier noch so ein bisschen Munition, meine Damen und Herren. Ein bisschen Munition. Ein bisserl schon wenigstens. Wir müssen schon wieder raus in den Regen. Oh, der Friedhof, das ist ein gutes Ohmen. Ein sehr gutes, ja. Scheiße, noch ein Nest! Da muss eine Granate rein! Da muss eine Granate rein! Frech out! Lipp da! Komm her! Komm her! Komm her! Woo! Schau, schau, schau! Da werden wirklich Erinnerungen, Bach. Scharfschütte, links! Eine Drohne! Das Nest muss weg! Scheiße, die Position finden! Das muss reichen! Eine tote Drohne! Da ist ein Nest! Scheiße, Muni alle! Blatt! Die kann ich gut gebrauchen. Die kann ich gut gebrauchen. Die kann ich gut gebrauchen. Da! Ha! Ha! Das ist eine Drohne! Das ist eine Drohne! Na, da! Raus! Verstanden! Das war's alles sicher die alte oder die neue definition na los gehen wir zur bahn die waffe ist hier kompletter scheiß von denen ich will meine andere wieder haben der retro lancer den müssen wir nur noch voll machen nachher so einfach mal ganz genüssig jetzt über den friedhof laufen vielleicht finden wir ja wieder irgendwas auch nicht schlecht eigentlich war früher an jedem toten eine hundemarker bitteschön meins wir müssen rein bevor das wetter noch schlechter wird eigentlich ist das wetter schon schlecht genug wenn es die ganze zeit regt wird da ist das signal marcus funk er ist ganz nah los vor drevel da okay du bist ein ganz großer ja schön euch oh das ist übel jede deckung die 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 Feuer einstellen! Du wirst geschenkt! Ja, geh schon! Noch zwei davon! Hilfe! Lass uns das mit auf! Was? Dell ist tot. Nein! Geht in Deckung! Stopp die Stacheln auf! Hör auf mit Autofahrern! Mach das weg! Noch eine Linie! Noch zwei davon! Ich stehe fest! Hilfe! Hör auf mir! Hör auf! Katta lau! Hör auf! Hör auf! Das wäre ein Herrscher nicht schon schlimm genug. Jetzt müssen wir uns auch noch mit diesen Springern rumschlagen? Ja, und so wie es jetzt läuft, tja, kann es nur noch schlimmer werden. Passt mir gar nicht. Großartig. Hey, je länger wir warten, desto schwerer wird es ihn aufzuspielen. In Ordnung. Mal sehen, wo die uns hinführt. Cool. Pappaufstelle. Geil, in Pappaufstelle. Pappaufstelle. Die alte Registrierkasse von früher. Na dann wollen wir mal. Mann, daran gewöhne ich mich nie. Okay, los geht's. Oh Scheiße! Die Bahn ist da. Ja, solange sie noch funktioniert, sollten wir sicher sein. Okay, wir müssen in das Ding einsteigen. Da wird ich mal gespannt. Alles klar. Zumindest steht die Bahn noch auf den Gleisen. Oh, komm schon. Echt jetzt? Das Gegengewicht schleift. Geh schon, ich mach das. Hey, alles in Ordnung? Ja. Nein. Tut mir leid, dass ich deinen Vater in diese Lage gebracht habe. Hätte ich gewusst... Nein, Kate... ...gewusst, was es kosten würde, dass die Rettung meiner Mutter dann... Noch haben wir niemanden verloren. Kann das Ding nicht schneller fahren? Nicht, wenn das Gegengewicht schleift. Das Gegengewicht, hm? Halt! Was machst du? Nein, halt, nein! 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 Festhalten! ACHTER! ACHTER! ok das war mein erstes und letztes mal in einer stand seilbahn in einer stand seilbahn so nennt man die finden wir einfach den herrscher da kommt bewegt ich runter nein doch nicht ja hallo laut marcus befindet sich die grabstätte der locust in einer mine oder aber wir folgen den häschern nach oben ausgerechnet zum museum hey ich höre mir gern bessere vorschläge an wenn ihr welche habt nicht wirklich nein ok dann folgen wir ihnen weiter ich hatte das und schon wieder ein papp auf stelle der ist so geil warum wir hier sightseeing gerade leuchtet das so wenn ihr eine königsfigur der könig von fort rivel eine goldene plastikfigur die frühe in vielen läden in fort rivel verkauft wurde ok hier können wir bestimmt nachher runter laufen eventuell ja los raus schon wieder regnen schwach Na dann folgen wir mal! Sag mal! Freck raus! Mann, der hab' ich echt zugesetzt, was? Wut? Wut? Wuss die Sau? Stop, Klan! Wut? 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 Stammt!